Okay Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Giant Assista. Ich hab schon ein bisschen vorgespielt. Ich weiß, was man machen muss. Und darauf hab ich keinen Bock. Weil es einfach scheiße ist, was der Entwickler jetzt von uns verlangt. So, das haben wir schon geschafft. Die nächste Aufgabe besteht jetzt, weil ihr die Gäste seht. So. Ist gut. Geil. Aber das war fast ein Selbstmord wieder gewesen. Okay, da... So, du bist tot. Okay, man muss wirklich von unten. Oder ich versuch einfach mal nochmal. Okay, das klappt nicht. Ich werde stundenlang hier sitzen. Das merke ich jetzt schon. Okay, das haben wir. Boah, das war knapp. Okay, wartet. Ich hab schon das Ziel gesehen, Leute. Ich weiß, wo das Ziel ist. Es ist nicht weit entfernt, aber... Es ist einfach scheiße, da hinzukommen. Ich hab schon das Ziel gesehen. Warten, warten, warten... Rüber, rüber, rüber. Geschafft. Endlich. Meine Fresse hat das lange gedauert. Das letzte? Nein, glaube ich eher nicht. Ich habe eine Biene. Oh, eine Green Stage, oder was ist das? So, jetzt kommt man her. Ah, ich kann damit Steine zerstören. Dann nehme ich eins noch mit. Achso. Ich muss das Level nochmal machen. Oh, back to map. So, das will ich nochmal machen. Weg mit dir. Okay. Okay. Wie komm ich doch hoch? Egal, dass die Kohle so einen geilen Effekt hat. Da ist der! Jetzt hab ich den übersehen. So, damit hab ich das auch. Nächste Welt kommt gleich. So, geschafft. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viel werden es wohl gibt? Mal sehen, mal sehen. Drecksteil. Du. Mach mal die gefährlichen Teile. Okay. Mir fehlt eins. Wo hab ich den vergessen? Hä? Wo hab ich den vergessen? Am Anfang, oder was? Am Anfang, oder was? Unheimlich. So. Verpiss dich Okay Aber es kam mir schon verdächtig vor, dieser Ort Wie hab ich den jetzt getötet? Egal So 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 Ach, das war knapp. Ach, komm jetzt! Ach, f*** der Scheiße noch mal. Tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm, hm, hm. So. Es gibt drei rote Kristalle hier, okay. Da oben sehe ich Cola. Den ersten hat er schon. Nimm einen zur Sicherheit mit, weil er ja nie wissen, wann er es gebrauchen kann, ja. Wieso bin ich noch so dämlich, diese Scheiße nochmal? Ja. Klasse, Gauten, klasse, klasse. Wir sind uns im nächsten Podcast. Klasse, Gauten.